Na klar, ich habe mich für die Tätigkeit als Werkstatträtin beworben, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich für die Belange und Interessen meiner Kollegen einzusetzen. Und am schönsten ist es für mich persönlich, wenn meine Arbeit Früchte trägt. Das ist zwar nicht jedes Mal der Fall, aber das passiert auch hin und wieder mal und das macht mir die allergrößte Freude. Also ich kann nur sagen, ich bin Werkstatträtin mit Leib und Seele. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.